Einen wunderschönen Montag und willkommen zurück zu Random Shit mit Jogi Bär. Hello, das war mein Einsatz. Richtig, das war dein Einsatz. So steht's im Drehbuch, kannst du nicht aufpassen. Na damn, Skript nicht gelesen, schon wieder vergessen. Also eigentlich sollte heute Golf kommen, aber Jogi wird es das nächste Woche bringen. Oh je. Dementsprechend machen wir Randomized Dead by Daylight. Es gibt einen schönen Link in der Videobeschreibung. Auf dbdbuilder.net Eben, da haben wir vorher eingestellt, welche Perks wir mit unseren Survivoren haben. Und jetzt werden wir Random raussuchen, welche wir denn nutzen müssen für die aktuelle Runde. Und das machen wir nacheinander. Fang an. Okay, the entity gives you... Klack. Kindred. Okay. Und mir gibt er... Ich weiß gar nicht, ob ich Kindred auf lila habe. Dark Sands gibt er mir. Okay, dann ziehe ich wieder. Und, 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 die Lotterie geht los. Und Lightweight. In grün. Gibt's wahrscheinlich nur in grün, dementsprechend. Ja, maximal grün auf jeden Fall. Oh, Diversion, das heißt, ich kann Sachen wegschmeißen. So dieses Ablenkungsmanöver kann ich machen. Ich will self heal haben. Wäre cool sowas, ja. Ah, 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 nein. We'll make it. Schon mal nicht schlecht. Das ist okay, zum Retten ist das gar nicht so schlecht. Würde ich auch sagen. Das geht schon mal klar. This is not happening. Ich glaub, das hilft ein bisschen bei Sachen machen, wenn man verletzt ist oder so. Das kann natürlich sein. Und als letztes bekomme ich Dark Sands. Das Schlimmste, was natürlich kommen kann, ist No Mother oder Myra. Was macht das? Dass du verletzt spielen musst. Ah, das ist gleich. Nein, ich hab hier den Durant. Okay, hab ich auch. Wir stellen das jetzt ein. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Da sind wir wieder. Ja, da sind wir wieder. Ihr werdet es gleich sehen. Meine Perks sind lange nicht alle lila, wie sie sein müssten. Aber ja, ich hab Böller dabei. Das ist die halbe Miete. Ich hab da sogar relativ Glück. Weil ich hab zwei von denen auf Maximalstufe. Genau, also ich hab eins. Das mit dem Haken. Das Wee-Boot-Man. Oh, das ist gut. Wee-Make-It-of-3 ist gut. Wir haben übrigens Ruin. Ja, und der Killer ist bei mir. Der Killer ist bei der Killer-Scheck. Was ist das für ein Killer? Das weiß ich nicht. Ich hab nur mein Herz rast. Das ist Legion. Das ist total ungewohnt, nicht sehen zu können, wo irgendwer gerade niedergeschlagen wurde. Ja, das war der. Und er hat Overcharge. Okay. Overcharge Unruin. Der will nicht, dass wir Generatoren machen. Ich sag's dir. Anscheinend. Ist auch ein fieses Ruin. Er ist auch wieder hier. Er ist an der Killer-Scheck. Er läuft durch. Er sucht mich. Bözer Killer, geh weg. Oh, hier ist jemand gut im Gents machen anscheinend. Das ist gut. Ich geh erst mal Dings suchen. Ruin suchen? Ja. Der Killer ist auch sehr nebelig. Okay, das war Ruin. Sehr gut. Nice. Das Overcharge habe ich schon ausgelöst. Das heißt, mit etwas? Mit etwas? Er ist bei mir. Okay. Mit etwas Glück, wollte ich jetzt sagen. Kann ich jetzt einen Generator reparieren? Du kannst reparieren. Ja, mit etwas Glück. Und er ist nicht im Frenzy gewesen. Ja, er ist nicht im Frenzy gewesen bei mir. Frenzy ist? Die Raserei, dass er schneller ist. Okay. Ich hatte deine Folge gesehen, wo du ihn spielst. Okay, er läuft nach links weg zu dem anderen, der im Generator ist. Und scheint ihm auch nachzurennen. Ich sehe nämlich für fünf Sekunden, dank meinem, einen Perk da. Ich würde dich jetzt direkt runterholen. Kannst du gerne machen. Du hast wie Make-It, du kannst auch direkt heilen. Okay, ich hole dich runter. Und jetzt heile ich dich. Aber die Perks sind so riesengroß gerade. Das finde ich echt angenehm. Äh, nicht die Perks, die Fähigkeitschecks. Du hast die Ding umgestellt, danke. Ja, ich habe auf 2K statt auf 4K die Auflösung stehen. So, jetzt müssen wir hier mal den Gen fertig machen. Er ist schon wieder hier irgendwo. Er hat übrigens kein Overcharge. Ähm, okay. Das ist doch, Overcharge ist doch das, wenn er den Gen tritt. Ach stimmt, der hat ihn nicht getreten. Alles gut, vergiss es. Er ist oben bei der Killer Check gerade. Ja. Wenn ein Gen angeht, sehe ich, wo er ist. Okay, er ist scheinbar nicht mehr hier. Ich höre ihn zumindest nicht mehr. Er ist noch hier. Und ich glaube, er hat mich gesehen. Ja, er hat mich gesehen. Er ist irgendwo anders. Oh, er war in seinem Frenzy, glaube ich, drin. Weil er hat gerade sein A gemacht. Aber er scheitert. Ich laufe gerade die ganze Zeit um einen Baum rum. Oh, jetzt wird er schneller. Jetzt hat er mich geschlagen. Kann der mich auch so blutend schlagen, wenn er nicht seinen Frenzy anhat? Nee, das ist wirklich nur Frenzy. Dann kann er dich so schlagen, wie du jetzt bist. Meine Böller. Meine Böller haben nichts gebracht. Wow. So, ich habe mal 2 Gents beendet, die andere angefangen haben. Oh ja, 1500 Punkte für die gute Jagd. Der oben an der Killer-Check, da habe ich auch ein bisschen was gemacht. Also, der dürfte zu halb sein, wenn er jetzt nicht getreten hat. Weil er dich sofort gejagt hat, wahrscheinlich nicht. Eben. Er springt da auch galant erstmal drüber. Er ist dahinter. Hier ist eine direkt neben mir. Die springt hier auch rum. What the fuck? Ja, sehe ich durch deinen Verwandt-Perk. Ja, stimmt. Durch meinen Perk sind jetzt alle alle. Ja. Da kommt noch wer angerannt. Ich bin der, der dich ignoriert. Okay, das finde ich gut so. Nur, dass du Bescheid warst. Ja, das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Mhm, mhm. Nein, du willst mich jetzt abfarben. Ich sehe das doch. Du willst mich abfarben. Das willst du nicht. Ist der Legion immer noch bei dir? Ja, der rentt hier. Ah, jetzt geht er langsam weg. Und jetzt werde ich aber auch direkt runtergeholt. Das ist erst in Sichtweite. Und ich werde direkt runtergeholt. Äh, das ist, äh, also Sichtweite. Das ist risikobehaftet. Der Surprise ist direkt wieder hinter mir her. Werde das erwartet. Bepisst dich. Geh weg. Ich hab doch nicht mal mehr Böller. Ja, toll. Toll. Ich wollte doch. Ich wollte doch überleben, Freunde. Wenn ihr mich jetzt nochmal abfarben habt, ne? Sie kommen schon direkt wieder. Das ist natürlich schon wieder Premium. Na gut, er wird jetzt da oben erstmal in Jen treten. Während ich hier ein bisschen kämpfe. Oh, mein Daumen ist nicht aufgewärmt zum Kämpflicht. Du holst mich jetzt nicht runter. Hör auf damit. Nein, geh weg. Geh weg. Lock den Legion weg. Dann könnt ihr mich runterholen. Genau, rennt weg mit ihm. Rennt weg mit ihm. Ja, oder? Nein, 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 mach das. Du dumme. Alter. Ja, sag's nur. Ja, ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Also wenn er jetzt nicht anfängt, auf eine andere zu gehen. Da ist die andere. Geh auf die. Ich laufe der Hetz nach. Bleibst du hier stehen? Bleibst du stehen? Der Legion soll dich nehmen. Ich ziehe ihn weg. Ich ziehe ihn weg. Heil dich. Ich danke dir. Ich danke dir. Gehe aber nicht Richtung Steg, weil ich gerade in die Richtung gehe. Ich bin hinter dem großen Dampffahrtschiff. Ich heile mich jetzt erstmal. Alter, was ein Abgefahrme. Es ist ja... Jetzt bereue ich's... Nein, 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 nein. Ich will... Selbstgenesung geht durch. Ah, die Selbstgenesung geht durch. Gott sei Dank. Der Keller ist übrigens in der Killer-Shack. Alter. Damn. Ich habe jetzt gedacht, schön, jetzt kann ich mich healen, aber ich habe ja gar kein Selfie. Danke, dbdbilder.net. Äh, der Jen an der Killer-Shack war relativ weit. Ich mache jetzt hier mal. Oh, perfekt. Der Killer ist da, wo der Jen gerade gemacht wird, nach hinten durch Richtung Wand. Ich weiß es. Er hat mich getragen. Ja, gut. Du, ich weiß, wo der Killer ist. Habe ich mir auch gar nicht. Gut. Nach Jogi-Spielweise müsste ich dich eigentlich retten, nach Kriern-Spielweise nicht. Er geht Richtung Ausgang an der Killer-Shack. Das ist gut. Ich stehe mit der anderen an der anderen. Ich werde dich jetzt wahrscheinlich hängen lassen, weil ich bin nicht gehealt. Aber es sieht so aus, als würde wer in deine Richtung kommen. Nee, nicht wirklich. Jetzt orientiert sich langsam einer in meine Richtung. Die farmen dich jetzt schön. Ja, aber, ja, wahrscheinlich, weil der DJ ist auch bei mir. Kann ich irgendwie winken? Nee, ich kann nur, ich kann nur zeigen und zu mir winken. Ich höre dich jetzt schön gewunken. Goodbye, Kriern, da hinten. Goodbye. Goodbye, Juli-Mode. Heimlich, 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 heimlich. Boogie, boogie. Weil der andere wird gerade weggezogen. Sehr gut. Ich warte am Tor auf euch. Ich warte am Tor auf euch. Oh, die andere. Ich stehe jetzt hier auch am Tor. Komm, ich will nicht hielen. Ja, tunnelt nicht. Komm, komm, lass mich hielen. Ich brauche Punkte. Ey, du dumme, du dumme. Nur weil du dich selbst hielen kannst. Komm jetzt her. Lass dich hielen. Du hast ganz glühende Hände. Ja, kotzt das Blut noch aus. Na toll. Jetzt krisiert sie auch noch die Punkte, um mich zu hielen. Können die da vielleicht mal zu mir kommen? Oh, die Hedge ist hier. Okay. Ja, ja. Keiner von denen denkt mal, irgendwie zu mir zu kommen, um zu blocken. Ja, gut. Der eine ist hier bei mir und heilt sich seit gefühlt fünf Stunden. Ja, dann hätte man schneller heilen müssen. Ich bin einmal über die halbe Map gekommen, aber es hat nicht gereicht, weil keiner bei mir war. Und der Strax, keine Ahnung, was er tut. Ja, der Random, der versucht, mich wenigstens zu retten mit seinen Blocken. Aber der andere hat nichts gemacht. Vielen Dank für gar nichts. Der Oogie Boogie. Der böse, böse Boogie. Gut, ich lasse mich jetzt noch kurz heilen und dann. Tschüss. Will der Random ihn jetzt noch verarschen, oder was? Menschen. Menschen, Menschen, Menschen. Ja, gut, aber ich würde mal sagen, das war es dann mit Random Shit. Total random heute, weil wir randomisiert wurden. Vielen Dank fürs Zusehen. Nächste Woche gibt es dann endlich Golf. Vielleicht. Haut rein. Habt eine gute Woche. Und bye bye. Tschööö. Musik